moin moin und was geht ab bei euch hier ich bin heute wieder mal auf schöner wandertour an diesen hier sehr sehr schön sonnigen wunderbaren sonntag hier hinter mir ist ja übelst gerne bagger sie vom feinsten daher ist übrigens die zbo hier bei uns hier stahlblaues geiles water hier drin übelst vom feinsten wo es heute genau hingeht hier das erfahrt ihr mitten in den video da hinten hier haben wir jetzt hier die autobahn hier bin ich dann drüber gekommen hier wie geil jung heute hier bestes wetter heute zum wandern wieder heute am start sommer sunshine da oben ist dann hier war ganz weiter oben ist dann hier eine banke dann mache ich dann das erste mal rast hier und dann sollte ich euch mal zeigen was ich heute alles dabei habe hier so machen wir das auf jeden fall hier kommt ein auto hier die also das in der erdbeere wie geil also was hier auf der kasse los ist also ich mal feierlich hier ich würde sagen dann bis gleich jetzt kann ich englisch mal rast machen jetzt zeige ich mal wenn es mal dunkel wird dann kann ich schon dann ziemlich auf jeden fall besser denn hier dann habe ich noch eine taschenlampe dabei wenn es doch mal arg dunkel wird hier und was zu saufen dabei das war es auch so gut wie alles dann schon auch mehr habe ich nicht dabei und wo es heute genau hingeht das sehen wir nachher zumindest gehen wir auf jeden fall in meine alte heimat der heimatdorf gehen wir heute sehr schön nice mal besuchen nach langer 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 zeit mal wieder hier ich werde mal kurz jetzt was essen hier und dann geht es dann schon richtung immer wieder hinauf ne hier lang geht es dann wieder mal übel hart hardcore geht der aussage mal kurz hier und dann geht es dann hier in die richtung weiter hier in die feldwege wow bis nachher klar man wir haben auch schon eine ganz schöne menge geschafft hier heute ist auch die ganze zeit schon optimalen wanderstock aber hier findest du fast gar nichts hier da hat ja auch dieses geil hier ist wirklich weit und breit nichts gar nichts ist hier und hier da oben ist hier irgendwo hier zumindest da hinten hier irgendwo dahin näher sind irgendwo das ziel dann für heute aber erst geht es jetzt hier da hinten lang hier hier kenne ich mich auf jeden fall bestens aus hier in der region hier bin ja auch groß geworden hier in der gegend hier deswegen hier optimal ich kenne mich ja aus wie sonst eigentlich keiner hier ist weit und breit niemand zu sehen bis gleich mal die aussicht genießen ja oder hier da hinten ist elksleben hier da hinten ist glückleben hinten ist riechheim da hinten ist keine ahnung was jetzt ist ich glaube ich glaube hier osthausen müsste sein oder wer weiß einfach mal hier die geile aussicht genießen ja und da hinten muss man dann noch hin da hinten oder blau vor dann hinten also halten große bogen aufnehmen dann zurück vielleicht mache ich auch ein zweiteiler aus diesem video mal gucken kommt drauf an wie viel ich filme tue auf jeden fall auf jeden fall schenken wir erst zwei teile nach ich mache ich dann auch süßes video ja war für 20 minuten wie das letzte video ist ein bisschen zu lang oder auf jeden fall so jetzt geht es weiter ich muss jetzt hier lang nach da geradeaus hier bis nachher jetzt sind wir in diesem komischen nest hier das heißt wölfershausen heißt das hier wir müssen jetzt hier dort lang müssen wir jetzt und wir sind von dort auskommen hier werden noch eine ganz schön menge zu vor uns hier an strecke zu legen hier dann bis gleich so leute das würde ich würde ich mal sagen das war's für teil 1 der großen wanderschaft heute am diesen herrlichen sonntag hier und dann würde sagen sehen wir uns in teil zwei wieder von der großen wanderschaft hier heute ich würde sagen ja haut rein und viel spaß noch ja egal was er macht bis dahin Нап福 etwas bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu bis ray bis 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017